Mein Name ist Birgit Seiner, ich bin vom Union Squash Club 2000 Graz. Wir sind der größte Squash-Verein in der Steiermark und seit 36 Jahren aktiv. Bei uns spielen Kinder ab sechs Jahre beim Kinder- und Jugendtraining immer am Freitag von halb vier bis fünf im Racketsportcenter Graz in der Radnitzstraße. Für alle anderen Spieler haben wir Klubabend, wir spielen Meisterschaft bis hinauf zur Bundesliga und wollen vor allem Spaß am Spiel und an der Sportart Squash haben. Unsere Aufgabe ist es, euch die Fitnessübung Liegestütz vorzuzeigen. Die Fitnessübung Liegestütz zeigen euch jetzt Samuel und Christian, bitte in die Ausgangsstellung. Wichtig ist bei der Liegestütz, dass die Ellbogen knapp am Körper geführt werden, dass der Rumpf stabil ist, der Rücken und das Gesäß fest und angespannt sind, die Beine sind geschlossen oder hüftweit auseinander. Dann senkt man den Körper langsam ab und hebt ihn langsam wieder in die Höhe. So soll ein Liegestütz ausschauen. So, bitte jetzt alle. Und auf eins hinunter und wieder in die Höhe. Danke sehr.